Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Need for Speed World. Und ja, ich mache nach einer langen Pause wieder mal weiter. Wir machen gleich mal ein Online-Rennen und toll, nur ein Gegner und der ist tausendmal besser als ich. Ich löffel 11, er löffel 54. Da habe ich 100% keine Chance zu gewinnen. Das weiß ich jetzt schon, dass ich verlieren werde. Da sieht man schon an dem Löffel, den er hat und ich habe. Aber ich war's gut, Björn. Wow, was hat der? So, was gefällt mir, der ist schon 50. Schau mal. Ich denke mal, ich habe keine Chance zu haben. Wow. 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 Die sind kommen wieder auf und geschleudert. Ich habe recht abgedrängt. Yay, ein Erster. Noch. Alter, wie fahrscht denn? 1. 1. 1. 2. 3. 3. 5. 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 ja er ist hier aber nicht da da bin ich das hat die blühe ist aber verkanne jeder wo die wunskarte auch nicht schlecht das ist auch mal ganz schnell noch schauen muss im grafik optionen da läuft was gar nicht ganz rund ich denke auch niedrig wir schauen ok beibehalten danke nach wo ich auch noch ein bisschen umtest noch ein bisschen jetzt passt es ok da ist passend immer die das ist abgeht ich selber besser gehört jetzt ich habe ein paar fahrer da bin ich aber nicht geworden hier geht da was ab hier auch gut er ist noch einige und sucht er dann ist noch nicht da du wäsche aus meinen schulen kommen schule machen scheiß man kann nicht sein hat er auch mit oh mein gott aber es kann nie ich habe mit er teilnehmen jeden Fall los 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 vor der Schiene drei Stunden das kommt schon und nur an Papier aber nicht schneller hier mit Laden Das kann nicht wahr sein. Oh Mann. Na gut. Bauen wir mal 3 Stunden bis es fertig ist mit Event Beginn. Ey! Dann proben wir mal wie man da hier so langweilig ist. Reise, S. Ok, B hat keine Chance. Damit B ist auch schnell abgeholt. War klar, dass er abhaut. Na ja. War immer logisch, dass er verschwindet. Komm schon startet das Game hier. Für den Zuschauer ist das langweilig. Also lade mal. Hepp, hepp, hepp. Los. Mann, Mann, Mann. Das Gewarde hier ist ja schlimm. Es geht los. Wow. Komm schon. I love it, baby. I love it, baby. Nien, 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 nien. Komm schon. Oh, wow, wow. Oh, verlerden. Köhling. Ja. Hydro. Und so ist die Sau hier vorne. Entschuld. Bam. Ausgefahren. Hier sind 400. Toll. Komm mit von denen ich mich nachher. Komm mit vorne die ich mich nachher. Soll ich das wenigstens? Das ist doch! Ha ha ha! Das ist doch ein bisschen ab, oder was? Das ist doch ausmallig, ne? Das ist doch so schwer. besser juhu naja ok was sollst mein was die cool juhu ist das geil und ich sehe die Zeit ist wieder rum und wir sehen uns im nächsten Part von Need for Speed World wieder bis bald euer LP Gamer Steffen wünsche euch noch einen schönen Restabend es ist ja schon bald um 10 na dann bis die Tage bis zur nächsten Folge tschüüs